Herzlich willkommen zum zweiten adventlichen Klarinetten-Duet-Video. Heute habe ich für euch Udo Fröhliche ein bisschen aufgemotzt und aufgenommen. Ihr hört erst beide Stimmen zusammen zum Kennenlernen, dann könnt ihr die erste Stimme üben und hört die zweite dazu und dann nochmal umgekehrt. Viel Vergnügen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.